Die Ferne gibt es noch ganz schwarz, oder wie? Die Silber ist schwarz. Ich versuche es wieder zu schreiten, das ist echt gut. Ich will schalten, ich muss nicht schalten, das ist ganz cool. Was ist das denn? In 1,2 km links abbiegen auf Johannishöhe. Falsche Richtung gefahren. Mal sehen, was er macht. Dankeschön. Ich kann ja mal eine Kuppe machen. Sport. Jetzt drücke ich nochmal drauf. Ist zu viel verloscht. Ist aber jetzt unbegrenzt. Der fährt 150. 150 ist Schluss, genau. Ich drücke jetzt mal drauf. Ich drücke jetzt mal das Pedal runter. Achtung. Passiert nicht viel bei der Geschwindigkeit. Achtung. Dann gehen wir mal auf. Wiersus, also hier bei der Geschwindigkeit des Aufbau. Das sind die Geschwindigkeit des Aufbau. Das ist ein, was wir sehen, wie ein Begrüßgerich. Achtung. Das war ein. Okay, dann merkt man, dass ich die Straße nicht treffe. Soll ich jetzt die Musik richtig einstellen und dann ... yeah. In 1 km rechts abbiegen auf Grimmasche Straße. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In einem Kilometer halb links abbiegen auf an der Tabaksmühle. Die linke Spur verwenden um halb links abzubiegen auf an der Tabaksmühle. Die linke Spur verwenden um halb links abbiegen auf an der Tabaksmühle. Die linke Spur verwenden um halb links abbiegen auf an der Tabaksmühle. Die linke Spur verwenden um halb links abbiegen auf an der Tabaksmühle. Die linke Spur verwenden um halb links abbiegen auf an der Tabaksmühle.